Würfelnarren aufgepasst! Heute geht es um das Spiel Würfelmania 2 aus dem Hause Amigo. Dies ist ein Spiel, wofür ihr 12 Jahre alt sein solltet. Es ist für 2 bis 6 Personen und es dauert ca. eine halbe Stunde. In diesem Spiel geht es darum, dass ihr verschiedene Zonen bestreitet und dann am Ende als Erster im Ziel seid. Es ist immer ein sehr abwechslungsreiches Spiel, sodass ihr auch mal Fragen beantworten müsst, mal Aufgaben meistern müsst, wie zum Beispiel einen Würfel von einem Fuß hochschleudern und den dann aufzufangen, oder dass ihr eine Zahl erwürfelt und damit dann die Tiergeräusche in der Anzahl machen müsst. Dadurch, dass ihr das Spiel auch in Teams spielen könnt, ist es auch für die größeren Partys geeignet. Das Spiel benötigt so viel Platz, sodass die Karten gut greifbar für alle Mitspieler sein können und dass das Brettspiel gut ausgebreitet werden kann. Das Spiel kostet um die 15 Euro und ist eine sehr lustige Alternative zur Activity, da man so zum Beispiel jetzt auch noch mit Würfeln gut ein Partyspiel bestreiten kann. Das Spiel ist immer noch ein paar Minuten. Bis zum Beispiel jetzt auch noch mit Würfeln. Das Spiel ist immer noch mit Würfeln. Wir haben also hier noch einen Karten gefeiert. Daherriere, da wir noch nicht so gut machen. Outdoor, da ist auch mit Würfeln. Wir haben auch noch mit Würfeln.